Junge Leute, es geht, ich bin's wieder und heute zeige ich euch einfach mein neues Mafia Bomber, 29er Fahrrad. Und, ja, wo fangen wir an? Wir fangen mal mit den Rädern an. Die Räder sind von Snakeskin, hier so ein Profil. Das hat keine Gabel, ähm, ja. Ich zeig euch jetzt das einfach mal komplett und dann sag ich euch, wo, was, wie ist und sowas, ja. Das hat keine Gabel, ähm, ja, wo, was, wie ist und sowas, ja. Ja, Leute, ihr habt jetzt das Fahrrad gesehen und wir fangen jetzt, also Profil haben wir schon. Also es hat keine Gabel, es ist hier komplett hart. Nur bei der Zulieferung ist ein bisschen zerkratzt worden. Das finde ich scheiße. Das habe ich auf Lelando bestellt. Der, komische Seite. Also vom Namen her. Ja, also hier die Griffe. Ich zeig die euch mal. Hier steht auch M für Mafia und B für Bikes. Hier steht nochmal auf dem Rahmen der Troy drauf. Das ist einfach nur ein Aufkleber. Wenn ihr wollt, könnt ihr den hier abmachen, wenn es euch nicht gefällt. Ja. Hier auf dem Lenker hier steht auch Mafia Bikes drauf. So ein Lenker ist es. Halt so ein BMX Lenkrad. Also Lenker, nicht Lenkrad. Ja, moin. Ja, hier die Bremsen. Wenn ihr es bestellen wollt, müsst ihr aufpassen. Die Hinterbremse bei Mafia Bikes, bei den meisten, soweit ich weiß, Mafia Bikes, ist die Hinterbremse links. Also bei Mafia Bomber ist es auf jeden Fall. Ja, die Hinterbremse ist links und euch wird halt noch eine Vorderbremse zugeliefert. Wenn ihr wollt, könnt ihr die ja auch dran machen. Und Licht und sowas ist auch dabei. Aber Licht mach ich nicht an dieses Fahrrad dran. Das Fahrrad sieht dann hässlich aus mit Licht. Ich fahr damit eh nicht im Dunkeln. Okay, wir kommen mal zu den Pedalen. Die Pedalen, ja, sind so klassisch schwarz. Ja, hier mit Reflektoren auch dran. Auch mit solchen Grip-Dingern, damit ihr guten Grip habt an den Pedalen. Äh, ja, wir kommen jetzt mal zum Rahmen. Am Rahmen ist auch so ein Aufkleber, wo von oben nach unten so ein Bomber steht. Ist auch einfach nur ein Aufkleber. Also, nicht irgendwie drauf gemalt oder so. Das ist auch einfach ein Aufkleber. Könnt ihr auch abmachen, wenn ihr wollt. Ich lasse die ganzen Aufkleber aber alle dran. Okay, wir kommen jetzt mal zum Sitz. Äh, hier. Da seht ihr den Sitz. Der ist aus so einem komischen Stoff. Ich weiß jetzt nicht, wie der Stoff heißt, aber ist auf jeden Fall richtig nice. Wenn ihr halt dann ein Wheelie macht, dann könnt ihr auf den Sitz springen, irgendwelche Tricks machen, damit ihr halt einen schönen Grip mit der Hohenschuhe am Sitz habt. Ja. Hier ist auch nochmal Detroit drauf. Das ist jetzt so dran geklebt worden. Das könnt ihr, glaub ich, nicht abmachen. Doch könnt ihr, aber das sieht dann hässlich aus, glaub ich. Hier steht Detroit drauf. Ach so, und an den Griffen hier, an der Seite, steht auch Mafia Bikes MB. Am Sitz hinten dran steht auch Mafia Bikes. Das I ist umgedreht. So viel ein bisschen Style. Sieht wie ein Ausrufezeichen aus. Ja, Mafia Bikes. Ist dran genäht worden. Sieht auf jeden Fall geil aus. Hier hinten dran ist es so rausgedingst. Ist das Mafia Bike Logo. Ja. Hier unten am Rad steht auch Bomber von oben nach unten. Ja, ist auch drauf geklebt, glaub ich. Ja, ist drauf geklebt. Könnt ihr auch abmachen, wenn ihr wollt. Hier die Räder. Hier die Bremsscheiben. Hier sind auch von Tektro. Und nochmal für die, die sich gar nicht mit Fahrrädern auskennen, oder kaum auskennen, so wie ich. Ja. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr das kauft und direkt Wheelies versucht. Fahrt lieber erst mal die Bremsen ein, bevor ihr Wheelies versucht. Erst mal die Hinterbremse einfahren, damit ihr gut bremst. Und dann könnt ihr Wheelies ziehen. Aber erst mal langsam versuchen. Weil ihr müsst euch erst mal daran gewöhnen. Ich bin schon auf den Rücken geknallt, weil ich die Bremse nicht eingefahren habe. Habe ich nicht mehr geschafft zu bremsen, bin auf den Rücken geknallt. Achso, eine Sache habe ich euch noch vergessen zu zeigen. Die Kette. Hier könnt ihr die sehen. Hier ist auch so ein Mafia Bike Logo drauf. Sieht man jetzt aber nicht. Ja doch, jetzt ein bisschen. Ja, hier seht ihr die Kette. Hat keine Gänge. Ist nur ein Gang. Bei dem Fahrrad. Und der ist eher so hoch. Also falls ihr dachtet, der Gang ist niedrig. Ne, er ist etwas höher. Ich kann auch gleich mal fahren. Und dann könnt ihr ungefähr sehen, wie hoch der Gang ist. Ich glaube, jetzt habe ich euch alles am Fahrrad gezeigt. Ich zeige euch jetzt mal, wie hoch der Gang ist, wenn man fährt. Achso, und das Zahnrad, glaube ich, ist es. Das ist auch schön laut. Das liebe ich. Okay, ich zeige euch jetzt mal kurz, wie hoch der Gang ist, wenn man fährt. Hier, ich fahre jetzt so ungefähr 10 kmh. Ja, hier könnt ihr das sehen. Ja, ich glaube, ich habe euch jetzt alles gezeigt, was man zeigen sollte. Und ja, das war mit dem Mafia Bomber 29er Bomegranate Review. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, natürlich nur, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, was auch immer ich mache. Das wird wahrscheinlich ein Gameplay. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.